Hey, vor uns liegt eine imperiale Harzraffinerie. Was will das Imperium denn mit Baumharz machen? Nichts Gutes. Wir stellen daraus eine starke Substanz her und wollen die Produktion hochfahren. Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Wir haben eine Karte, die das beweist. Hier, Kumpel. Die Raffinerien sind gleichzeitig Lager für die Gefangenen. Wir sorgen mit diesen Cuttern für Ablenkung, während du mit deinem Lichtschwert die Wookies aus den Lagern befreist. Wir brauchen die Wookies im Kampf gegen das Imperium. Verstanden. Pass auf dich auf da drin. Hast du gehört? Er braucht meine Hilfe. Oh, komm mal. Wie sich freut der Kerl, ne? Heißt gehört, da braucht man die Hilfe. Befreie die Wookie. Sollen wir jetzt eigentlich lang? Sollen wir hier lang? Ja. Ja Oh, ich kann meditieren. Sehr schön Fähigkeitenpunkt Ich glaube Ich wollte Blaster Bolzen Automatisch ab, während er schwindet Mannschaft Die Genau, die dürfen wir aber nicht Anlage A vergessen dabei. Achso, ach, ich bin dumm. Ja, okay. Treff ihn endlich! Ziel anpassen! Die kann doch nicht hacken, ne? Achso, an alle Einheiten. Wir haben gerade eben den Kontakt zu Frankstation 1.9 Rexelor. Auf hier! Auf hier! Na, haust ich wohl nicht? Oh, da ist ja noch einer! Oh, da ist ja noch einer! Oh, da ist ja noch einer! Oh, ich werde nicht verlieren! kurz und freigeschaltet ein auslöschungs ich möchte mal ich müsste mal sagen die haben extrem geile Rüstung ich beuge mich nicht vor dir wieder ist einer gefallen der Arsch mich unterbrochen doch Toll, sagt Lukas. Da kriegt man schon hin. Oh, two of a kind. Ich werde dir nicht unterlegen. Ich werde nicht weichen. Sehr schön. Warum nicht gleich so? Anscheinend bist du blockiert. Ich kümmere mich drum. So einen Truppler habe ich noch nie gesehen. Energie-Stab-Auslöchungstruck. Los, Bewegung Jedi. Lüftung offen. Los. Eng, was, BD? Klammkäfer, sie kommen durch die Wände. Auf ihr Nest. Klammkäfer, sie kommen durch die Wände. Flammentruppler. Willst du dich wirklich in das Ding einklinken? Okay. Sehr schön. Danke fürs Platzmachen. Kürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts richtig. Du wolltest nur den Cutter einschalten. Ich bin noch ein Fähigkeiten-Fung. Was gibt es denn noch? Ja, das kann sie. Gruppen von Gegnern zurückwerfen, große Gegner und zwangen bringen. Das klingt schon mal gut. Was ist das? Mehr macht, wenn er einen Gegner besiegt. Dein... Ich nehme erst mal das. Dann müssen wir da zurück, ne? Ja? Ach so, ja, die sind jetzt auch wieder da. Ach Gott, die habe ich jetzt schon wieder total vergessen. Gut erkannt, Sherlock. Na gut. Ich glaube, hier geht es dann doch nicht weiter. Heile ich mich noch mal? Ach so, was soll der Geiz? Das lebt kostenlos. Und soll auch noch mal heilen. Oh, zack, zack. Ah, die sind aber auch was nervig. Der Feind ist schwer verwundet. Du hast mit Dank zurück freigeschaltet. Okay. Oh, Gott. Gebt mir nur eine Sekunde. Ach Gott. Na warte. Alter, das gibt es nicht. Weißt du, jetzt kommen auch noch diese verkackten Spinnen dazu. Wenn es so viel auf einmal ist, ist es klar, dass man da nicht durchkommt. Ich glaube, der Controller ist vorgeladen, oder? Ach, ich lasse ihn trotzdem noch dran. Oh, Gott, du scheiß Spinner. Bin weg. Der Käpt'n hat gerade gemeldet, dass sie kommen. Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Was war das? Noch eingekaperte Cutter. Melde aktiven Cutter auf Zellenblock. Benötigen sofort Hilfe. Er bricht durch und zerstört alles. Ich glaube, ich bin vorhin. Ah! Kannst du mir mal helfen? Seid ihr noch am Leben? Ist jetzt schon. Mach dein Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus sonst. Wir schaffen das. Versprochen. Ja, wir schaffen das. Ich schätze mal da rüber. Wie würdest du nicht weitergehen? Ja. Sie geht nicht auf. Das dachte ich mir. Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Verstärkung? Im Rückzug. Gut. Fein fertig! Nicht nachlassen! Schnell! Treffer! Gut, da wird scheitern. Wir können ihn immer noch kriegen. Lass uns nicht von ihm erwischen. Oh, wieso springst du hier nicht runter? Was macht er da? Keine Chance. Verstand soll zu sein. Meine Hand wird nicht zögern. Ich vollziehe den Willen des Imperiums. Sehr gut. Das Ding hier braucht Strom. Dann gebe ich mir noch Strom. BD1 nicht überladen. Keine Wachen? Nächst mal Abkürzung. Sehr schön. Mit der Abkürzung wohin? In der Sackgasse oder was? Ach hier. Wir wollen euch befreien. Ihr seid nicht allein. Besucher sind nicht gestartet. Bart, warum denn nicht? Was ist denn? Wookie will sie sich doch auch bestimmt besuchen lassen. Oh Gott! Ich beende ihr Leben. BD2 nicht. Plötzlich hier wird die Bewegung nicht vorhergesehen. Großen Schaden verursacht. Nein! Das werden Sie bereuen. Sicherheitsdruhen, die Musik. Ey, ey, ey. Ich helfe gern. Wer will ein paar Emsrück kämpfen? Dann helfen wir den Bukis mal zurück in den Kampf. Ich bin jetzt. Ah, warte mal, noch was? Da ist noch was. Ich rufe. Das Starium vergiftet den Planeten. So aus davon. Es ist nicht weit. Okay. Na dann. Ich werde dich bluten lassen. Komm schon, verdammt! Leute! Fall bloß nicht da rein, Kerl. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass ich nicht darüber komme. Verdammt! Aber ich musste es versuchen. Ich musste es einfach machen. Ich musste es einfach machen. Aber ich musste es einfach machen. Ich musste es einfach machen. Schrauben wir mal.